Ja, weiter geht's. Willkommen zum nächsten Video. Und zwar wissen wir mittlerweile, dass es einen neuen Drachen geben wird. Das heißt, die Gerüchte spalten sich. Genau heißt, ist im Twitter- und im Facebook-Post von Clash of Clans, also ins Deutsche übersetzt, Chef, mach dich bereit für die neuen Drachen. Neue Gestalten und neue Upgrade-Levels kommen bald. Wecke den alten roten Drachen. Ja, das hat zu bedeuten, dass wir nicht einfach nur ein Upgrade-Level auf die Drachen-Level 3 bekommen, sondern wir bekommen auch einen neuen Drachen. Entweder einen dunklen Drachen, also einen dunklen Elixier. Ehrlich gesagt, weiß ich nichts dazu. Ich bin sehr gespannt, auch wenn ich ihn nicht so schick finde vom Bild her. Ja, kurz vorher hatten sie ja hier gezeigt, Air-Defense-Level 8. Da war ja eigentlich klar, dass wir neue Flugeinheiten bekommen müssen, weil sonst wäre das ja alles nicht mehr so gut ausbalanciert. So, jetzt geht's wieder an euch. Ihr seht's, Minen und Sammler. Ich hoffe persönlich, wir bekommen dort auch Upgrades. Eure Meinung bitte unten in die Kommentare. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir neue Minen und neue Sammler bekommen würden auf Stufe 12. Ja, ansonsten, up to date auf Twitter. Dort geht's am schnellsten und am übersichtlichsten. Ja, und ansonsten kommt hier ein neues Video, sobald ich mehr weiß. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Haut rein.